irgendwo was mal schauen also kann mehr schade müssen noch welche weg machen und dann denke ich mir nämlich dass man da dann schon halbwegs zu haben ja war jetzt zu so dann kann man nämlich jetzt weiter nach unten ja was haben wir denn da da geht es auch noch ein stück weit runter jetzt müssen wir uns erst mal hier diesen weg aufmachen ups unten grieper das war doch so klar oder na komm her so ist noch eine da ist ja auch wieder eine gigantische höhle das war weg nochmals hier hin und dann hau man nämlich die kohle raus und kupfer eisen warum sag ich da mal kupfer irgendwo verbrennt was das hört sich immer so verdammt nah an das ist in der irgendeine mauer so dann haben wir hier auch wirklich auch noch ein lichtchen rein und dann muss ich mal essen wird so dann als würde verdammt viel kohle das ist ganz gut ja zumindest haben wir jetzt dann bald wieder unser level was man vor unserem ableben hatten machen wir hier auch mal ein licht so das ist bestimmt dann hier hinten irgendwo da war da ging es doch noch irgendwo nach hinten genau hier haben wir hier haben wir da haben wir sehr jahr so so wow was wir da für höhen haben muss aufpassen dass von da was kommt muss man hier ein bisschen wieder frei machen ah puh was war jetzt ähm ok leute meine maus hat gerade den geist aufgegeben muss noch die batterie holen ich mach kurz pause bis gleich so leute da bin ich wieder und wieder mit noch mit funktionstüchtiger maus ja ich hab halt einfach so ein ne maus mit batterie also ne funk maus da kommt sowas dann mal vor so du kleiner pso du entschuldigung da krieg ich immer da krieg ich einen rappel maus da hinten noch nichts mehr doch irgendwas höre ich da hinten immer mal schnell die frage jetzt flutig auch noch bin ich ein super typ leute bin ich ein super typ ja ich bin so ein super typ verdammt mann 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 das in meinem alter das in meinem alter mit 37 jahren verdammt macht er das stärkste herz nicht mit menschmann keine angst ihr habt mich noch lange so gut dann machen wir jetzt hier auch mal eine fackel rein so dann geht es hier wieder zurück zurück ich möchte eigentlich den kies damit nehmen da haben wir ja wieder jetzt einiges gebraucht bei uns am weg und schade da nicht immer wieder was haben und wer weiß vielleicht wie sehr irgendetwas wertvolles dahin der da haben wir noch mal lichte ein licht da hinten ist nichts aber wir haben wieder einiges an kies und die schaufel ist kaputt hat er einen bogen fallen lassen unser super duper skelett so das lassen wir erst mal da dann war doch noch da hinten genau war hier jetzt nicht noch was denn noch zu dunkel hier dann geht es jetzt hier hoch aber ich möchte zuerst mal hier noch die ganze kode raushauen natürlich muss man aufpassen soll nicht gleich etwas in die ecke geschossen kommt man da wird dann auch noch hoch mann 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 was habe ich jetzt für die taste gedrückt verdammt das lassen wir jetzt erstmal und wollen wir uns jetzt hier erstmal das eisen raus so und die kohle die nächste kaputt und dann auch schauen dass wir jetzt bald mal eine rüstung zusammenkriegen weil genug eisen müssten wir jetzt langsam mal haben ist da noch irgendwas dahinter nein gut dann machen wir hier mal dicht das wasser abläuft und machen uns mal schnell fackeln das dick ist ja mit bei so 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 gut dann rumpen wir hier mal das ganze eisen noch raus und ich glaube ich mache hier noch mal nicht hin relativ dunkel hier so gut wo ist der ok da geht es auch ganz schön ach das war schon toll gut gut rumpen aber das hier noch raus ja da haben wir sogar glück schaut euch das an eisen hinterm kies und da hinten auch ja es rendiert sich doch ab und zu mal ein bisschen tiefe zu buddeln machen wir hier noch das stück raus gut gut so naja so das aussieht dann wird eine ganz gute ausbeute hinter uns können wir auch bei uns bald mal eine schnieke ding bauen eine kleine bahn oder hinten gibt es weiter ja super was soll man denn da da geht es ganz schön tief runter drüben geht es rüber oder wie mal schauen mal schauen so mal haben wir da ein licht rein dann buddeln wir mal rüber dann buddeln wir mal rüber dann buddeln wir mal rüber gleich